Rocco Reitz sorgt aktuell für Furore in der Bundesliga und zieht dabei sogar die Aufmerksamkeit von Pep Guardiola auf sich. Der junge Mittelfeldspieler, aus der eigenen Jugend von Borussia Mönchengladbach hervorgegangen, hat einen maßgeblichen Anteil am jüngsten Aufschwung der Fohlen. Nach einem schwierigen Saisonstart ist Gladbach mittlerweile seit fünf Spielen ungeschlagen und hat sich still und leise auf Platz sechs der Tabelle vorgeschoben. Dabei ist Reitz ein entscheidender Faktor, der in diesen Partien immer von Beginn an auf dem Platz stand. Was macht Reitz so besonders? Seine Spielweise kombiniert Aggressivität gegen den Ball mit einer beeindruckenden Fähigkeit, das Spiel zu lesen. Diese Mischung erinnert nicht wenige an die Qualitäten eines Michael Ballack. Ein Vergleich, der nicht nur Fans und Experten in Deutschland in Schwärmen bringt, sondern auch internationale Begehrlichkeiten weckt. Laut einem Bericht von GWME Sport hat niemand Geringeres als Pep Guardiola ein Auge auf Reitz geworfen. Der Trainer von Manchester City, der bekannt dafür ist, junge Talente gezielt zu fördern, soll großes Interesse daran haben, Reitz ins Etihad-Stadium zu holen. Doch wie realistisch ist ein Wechsel? Finanziell wäre ein Transfer für die Skyblues kein Problem. Schließlich stehen hinter dem Klub mächtige Investoren. Die größere Herausforderung dürfte allerdings darin bestehen, Reitz selbst und seinen Herzensverein zu überzeugen. Reitz ist eng mit Gladbach verbunden und hat immer wieder betont, wie sehr er den Verein und dessen Werte schätzt. Außerdem wäre es für Gladbach ein herber Verlust, einen Spieler mit solchem Potenzial mitten in der Saison abzugeben. Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob Gladbach einem Angebot widerstehen könnte, das womöglich weit über dem Marktwert von Reitz liegt. Und noch wichtiger, ist ein Wechsel zum jetzigen Zeitpunkt für den Spieler selbst überhaupt sinnvoll? Guardiola ist zweifellos ein Meister seines Fachs. Doch Manchester City steckt aktuell in einer Krise, die selbst den taktischen Fuchs an der Seitenlinie in Schwitzen bringt. Für Reitz wäre ein solcher Schritt mit enormem Druck verbunden. Aus meiner Sicht sollte Reitz vorerst bei Gladbach bleiben. Hier hat er die Möglichkeit, sich in einem stabilen Umfeld weiterzuentwickeln und eine Schlüsselrolle einzunehmen. Ein Wechsel zu einem Top-Club wie Manchester City könnte zu früh kommen und das Risiko bergen, auf der Bank zu landen. Gleichzeitig ist es aber auch ein Beweis für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten, dass ein Trainer wie Guardiola ihn ins Visier nimmt. Was denkt ihr? Sollte Reitz die Herausforderung bei Manchester City annehmen und den Schritt in die Premier League wagen? Oder ist es besser, seine Entwicklung in Gladbach fortzusetzen, um langfristig noch stärker zu werden? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.